Wie heißt du denn, mein Junge? Ralf. Und daneben dir sitzt deine Freundin Ralf. Ja, ich liebe Lisa Simpson. Und wenn ich mal groß bin, werde ich sie bestimmt heiraten. Nein! Jetzt hör mal zu, ich mag dich überhaupt nicht. Und ich hab dich noch nie gemocht. Und ich hab dir diese blöde Valentinskarte nur geschenkt, weil du sonst keine bekommen hättest. Pass auf, Lisa. Jetzt kannst du auf die Sekunde genau verfolgen, wann ihm das Herz bricht. Und zwar jetzt.